Hallo, ich bin Selina, 29 Jahre alt. Ich habe mir einen Traum erfüllt und mir eine Jurte gekauft. Den Boden habe ich dafür selber gebaut. Das ist auf jeden Fall etwas Neues für mich gewesen, eine runde Formen zu bauen. Als der Boden Ende Mai fertig war, musste ich noch ein bisschen warten, bis die Jurte endlich im Juli ankam. Wir waren insgesamt mit der Jurtenbauerin sechs Personen und haben die Jurte unter sechs Stunden mit zwei plötzlichen Regenschauern zusammen aufgebaut. Das Schöne ist, dass diese Jurte eine Kuppel hat, die viel helles Licht in den Raum lässt. Übrigens wird eine Jurte nicht geschraubt, sondern geschnürt. So haben wir Stück für Stück meine Jurte zusammengeschnürt. Und dann waren wir fertig und die Jurte stand da. Ich konnte es in dem Moment gar nicht realisieren, bis der Alltag wieder eingetreten ist und ich nun in diesem wundervollen, runden Atelier arbeiten darf. Hier nähe ich meine natürlichen und nachhaltigen Häfer für deinen Alltag. Du findest meine plastikfreien Putzschwämme und vieles mehr auf meinem Shop selinatour.de